Heute sprechen wir über Backlinks und wie du mit diesen Backlinks deine Sichtbarkeit richtig verbessern kannst. Wir erklären dir, wie Backlinks funktionieren und welche Strategien du anwenden kannst, um nachhaltig deine Rankings zu verbessern. Außerdem haben wir ein paar praktische Tipps vorbereitet, damit du weißt, wie du deine hochwertigen Backlinks in deine SEO-Strategie integrieren kannst und davon richtig profitieren kannst. Also, sei gespannt auf die heutige Folge, denn wir werden deine Kenntnisse zu den Backlinks erweitern und dir helfen, deine SEO-Ergebnisse zu verbessern. Also, lass uns mal starten, lass uns eintauchen in die Welt der Backlinks. Aber zuerst möchte ich klären, was ist eigentlich ein Backlink? Ein Backlink ist ein Verweis von einer externen Webseite auf deine Webseite. Also, wie so ein Wegweiser sagt jemand anderes, ach, schau doch mal hier, diese Seite, die ist interessant, die geht hier noch tiefer zu diesem Thema, gibt es da noch weitere Informationen, guck doch mal dort nach. Und dann wird ein Link gesetzt, eben im optimalen Fall zu deiner Seite und das ist dann für dich der sogenannte Backlink. Und Backlinks sind ein ganz wichtiger Bestandteil der SEO-Strategie. Also, wenn du dich auch vielleicht wunderst, warum deine Seite nicht drängt, obwohl du gute Inhalte hinterlegt hast, obwohl du deine Webseite auch technisch gut nach SEO-Kriterien optimiert hast, dann kann das daran liegen, dass dir die Backlinks fehlen. Und je mehr qualitativ hochwertige Backlinks du hast, desto mehr Autorität gewinnt deine Webseite in den Augen auch der Suchmaschine. Und das führt natürlich wiederum zu höheren Rankings in der Suchmaschine. Also, Fazit, Backlink-Aufbau ist ein ganz wichtiger Bestandteil deiner SEO-Strategie. Was natürlich wichtig zu beachten ist, ist, dass Qualität der Backlinks vor Quantität geht. Also, gerade noch vor einem Jahrzehnt funktionierte Suchmaschinenoptimierung auch so, dass du möglichst viele Backlinks dir einholst, egal aus welchen Quellen. Da gab es dann die sogenannten Farmen, die dir dann Backlinks zur Verfügung gestellt haben. Und dann wurde das automatisch aufgebaut. Und ja, du konntest damit bei Google renken mit dieser Strategie. Google reagiert aber allergisch auf Manipulation. Und deswegen wurde diese Herangehensweise dann auch abgeschafft. Und heutzutage ist es wichtiger, der denn je hochwertige Backlinks zu haben. Also, es geht nicht mehr um die Masse, sondern wirklich um die Qualität. Und Google selbst kommuniziert, dass 10 bis 15 hochwertige Backlinks ausreichend sind, um deiner Webseite die nötige Autorität zu verleihen. Somit kommt ein guter Backlink, also von einer vertrauenswürdigen, zu deinem Thema relevanten Seite und natürlich auch einer Webseite, die auch ein gewisses Domainranking, also eine gewisse Autorität im Netz hat. Deshalb ist es eben wichtig, wenn du in Backlinks investierst, dann investiere in hochwertige Backlinks. Nun stellt sich aber die Frage, ja, wie bekomme ich an hochwertige Backlinks? Welche Strategie ist hier die beste? Frank, was hast du dazu zu sagen? So, wie du schon gesagt hast, es geht um hochwertige Backlinks. Und ich möchte heute mal einen Tipp auch teilen, wo man solche hochwertigen Backlinks herbekommt. Und als erstes möchte ich da Gastbeiträge nennen. Gastbeiträge, das sind quasi Artikel oder Blogposts, die du für andere Webseiten schreibst, die zu deiner Expertise passen und die auch zu dem Thema passen. Und diese Gastbeiträge sind eine sehr wirksame Methode, um qualitativ hochwertige Backlinks zu erhalten. Wie macht man das jetzt? Also man sucht sich im Prinzip wirklich eine Seite heraus, also eine Webseite, vielleicht von einem Fachjournal oder einem Branchenjournal oder einem Fachverband und platziert dort einen Artikel zu einem bestimmten Thema. Und normalerweise ist es dann so, dass auf dieser Webseite die Aufmerksamkeit des Publikums ja schon vorhanden ist und die lesen dann deinen Artikel. Und in deinem Artikel verweist du eben auf ein Angebot von dir oder auf deine Webseite. Und so bekommst du diesen Backlink von dieser hochwertigen Seite zurück. Ich sage das vielleicht mal ganz kurz an einem Beispiel. Vor einiger Zeit habe ich einen Artikel über künstliche Intelligenz geschrieben, wie man künstliche Intelligenz im Online-Business einsetzt. Und das Thema ist eben sehr interessant gewesen für ein Mittelstandsportal. Und ich habe den Chefredakteur angeschrieben, habe gesagt, das ist mein Thema, das ist der Artikel, den ich gern platzieren würde. Habt ihr Interesse daran? Und da kam dann sehr schnell die Antwort, ja gerne, bitte mit Autorenbox und schick den Artikel bitte zu und alles klar. Und das ging halt sehr schnell und der Artikel war interessant geschrieben. Er war einzigartig, das ist ganz wichtig. Und das Mittelstandsportal hat den Artikel auch sehr schnell publiziert und ich hatte halt einen sehr wertvollen Backlink, einen sehr hochwertigen Backlink und eben auch sehr, sehr schnell dann bekommen. Die Suchmaschinen sehen natürlich, dass das Mittelstandsportal auf unsere Webseite verlinkt hat und sie sehen das als starkes Signal, wenn das Mittelstandsportal einen Artikel von uns veröffentlicht. Außerdem ist es ja so, dass die Gastbeiträge auch die Möglichkeit bieten, dass man sich innerhalb der Branche vernetzt, weiter aufbaut, neue Leute kennenlernt, was auch wiederum die Möglichkeit bietet, potenzielle weitere Gastartikel zu schreiben. Also man macht sich damit bekannt. Das, was sehr wichtig ist, ist der Punkt, dass man für einen hochwertigen Backlink natürlich auch hochwertigen und einzigartigen Content erstellen muss. Das ganze Thema hochwertiger Content ist auch wichtig, weil natürlich auch diejenigen, die den Gastartikel platzieren, die legen extrem hohen Wert darauf, dass der Content, den sie platzieren, einzigartig ist, hochwertig ist und eben auch möglichst von einem Fachmann geschrieben ist. Das heißt, da musst du dir halt wirklich überlegen, wie bekommst du den Content hin, dass der eben richtig gut geschrieben ist, dass der umfassend vor allen Dingen auch ist, aber gleichzeitig so geschrieben ist, dass er das Zielpublikum deines Partners auch erreicht. Also in dem Fall des Mittelstandsmagazines, wo ich geschrieben habe, war es eben so, dass ich möglichst keine Fachterminis mit drin hatte, sondern eben das Thema so behandelt habe, dass es ja sehr einfach verständlich ist und trotzdem den Mehrwert für ein mittelständisches Unternehmen aufgezeigt hat. Wir haben, glaube ich, mal eine ganze Folge dazu gemacht und zwar genau die Folge 81. So wirst du zum Content-Profi. Da haben wir noch mal wirklich sehr intensiv über Content, Content-Erstellung und wie man den bestmöglichen Content erstellt. Da hatten wir mal eine ganze Folge dazu gemacht. Ich verlinke das auch noch mal in den Shownotes. Ja, wie gesagt, also ein hochwertiger Content ist extrem wichtig, weil er führt dann letztendlich auch zu mehr Backlinks und erhöht auch dein SEO-Ranking. Und egal welchen Content du erstellst, ob jetzt auf deiner eigenen Webseite oder in Form eines Gastbeitrages auf einer anderen Webseite, ganz, ganz wichtig ist natürlich, diesen Content auf Social Media zu teilen. Denn auch Social Media hilft dir dabei, Backlinks aufzubauen. Zwar nicht auf direkten Wege, aber auf indirekten Wege. Denn Social Media hilft dir dabei, deine Sichtbarkeit zu erhöhen und mehr Traffic auf deine Webseite zu lenken. Dazu kommt noch, dass du in den Austausch mit deinen Interessenten, Kollegen oder auch im zukünftigen Kunden treten kannst. Und dieser Aufbau eines Netzwerkes von Vertrauen, von Beziehung über Social Media, das hilft dir in der Zukunft dabei, auch wieder organische Backlinks aufzubauen. Denn innerhalb eines Netzwerkes ist es natürlich viel, viel einfacher, auch wieder Gastartikel zu platzieren und Backlinks zu erhalten. In Bezug auf Social Media gibt es auch bei Google Änderungen. Früher war das gar nicht strikt getrennt. Also das waren wirklich zwei Kanäle, die streng voneinander getrennt waren. Aber inzwischen zeigt auch Google in seiner Suchergebnisliste organisch zum Beispiel LinkedIn-Beiträge an. Also du suchst nach einem bestimmten Thema und Google findet die Antwort oder die beste und hochwertigste Antwort in einem LinkedIn-Beitrag, dann wird dieser LinkedIn-Beitrag in der organisch, als organisches Suchergebnis bei Google angezeigt. Und das macht halt auch Social Media so interessant. Und deshalb trägt das auch zum Aufbau von Backlinks bei. Unter Social Media verstehen wir ja traditionell so wirklich die Netzwerke wie Facebook oder LinkedIn, Instagram. Aber es gibt auch noch so einen kleinen Zwischenbereich. Da möchte ich gerne YouTube und das ganze Podcast-Thema nochmal nennen. Das ist jetzt nicht wirklich Social Media so in dem Sinne, aber du kommst ja trotzdem in Kontakt mit deinem Publikum. Also bei YouTube beispielsweise kann man ja auch einen Kommentar schreiben. Man kann auch nochmal antworten. Oder auch in dem Podcast-Bereich. Die Zuhörer, Zuhörerinnen können natürlich ein Sternchen vergeben. Freuen wir uns auch immer drüber. Oder auch mal einen Kommentar dazu lassen. Und auch das ist so ein, also ist nicht mehr so ganz Social Media, aber es ist auch nicht so ganz enges Netzwerk. Womit ich dann schon eine schöne Überleitung habe zu dem nächsten Punkt. Und zwar das Thema Netzwerk. Auch aus einem eigenen Netzwerk kann man natürlich auch so Beziehungen aufbauen, dass man auch dort Backlinks bekommt, beziehungsweise sich auch dort wirklich richtig großartig vernetzt. Es geht halt nicht immer nur um die Technik, um die technischen Aspekte, sondern es geht ja auch wirklich um die menschlichen Aspekte. Und da ist natürlich Netzwerk das absolut Wichtige. Indem man sich ein Netzwerk zu anderen Fachleuten aufbaut, zu vielleicht Bloggern oder Influencern in der Branche, kann man wirklich dazu beitragen, dass die Webseite mehr Reichweite und mehr Sichtbarkeit bekommt. Und bei dem Netzwerkthema, da ist es ja so, wir selbst sind ja auch in vielen Netzwerken drin, seien es lokale Netzwerke im Raum Düsseldorf oder Fachnetzwerke, also wo es wirklich um fachspezifische Themen geht. Und aus einem Netzwerk hat man eben ja nicht nur vorrangig, ja, wie soll ich sagen, also es ist halt Backlink-Strategie, ja, aber es ist natürlich auch wahnsinnig viel Information, die man da bekommt und auch teilt, sodass dann auch andere wiederum sagen, okay, hier habe ich die Experten, ich verlinke mal den Artikel oder verlinke auf die und die Webseite. Also es ist halt auch so ein Geben und Nehmen, das wäre ganz klar. Und als kleines Beispiel, wir werden Ende dieser Woche schon wieder an einem Netzwerktreffen teilnehmen, und zwar das große WordPress-Deutschland-Netzwerktreffen, WordCamp Deutschland, was Ende Oktober jetzt stattfindet in Gerolstein. Da werden wir natürlich wieder hinfahren, Beziehungen auffrischen, neue Beziehungen knüpfen und auch mit den Leuten reden. Und vielleicht ergibt sich da der ein oder andere Ansatz, dass man sagt, okay, ich habe hier noch mal ein Thema, vielleicht können wir da zusammenarbeiten. Und ich glaube, das Netzwerk, ein authentisches Netzwerk, ein gutes Netzwerk wichtig ist. Es erfordert natürlich Zeit und Anstrengung, aber langfristig ist das natürlich auch in der Gesamtstrategie der Sichtbarkeit extrem wichtig. Und letztendlich sind wir ja nicht nur Nutznießer unseres Netzwerkes, sondern wir haben es inzwischen auch geschafft, unser eigenes Netzwerk aufzubauen, wo sich eben auch Leute treffen, die mit den Themen, mit denen wir arbeiten, wo wir da wirklich richtig aktiv sind. Als kleines Beispiel, unser Jasper und KI-Club, den wir ja seit langer Zeit schon haben, hat sich eben auch in einer schönen Community entwickelt, in ein Netzwerk entwickelt, wo es auch nicht nur um den fachlichen Austausch geht, sondern auch um den menschlichen Austausch. Also ich kann da auch nur ergänzen, dass Netzwerke für mich wirklich was sehr Wertvolles sind, welche mir einen hohen Mehrwert bieten. Und wir machen ja immer am Jahresende eine kleine Abrechnung, aus welchen Quellen wir unsere Kunden gewonnen haben. Und dort sind die Netzwerke natürlich ganz weit vorne, sodass Netzwerken und Beziehungsaufbau innerhalb eines Netzwerks wirklich was ganz, ganz Wertvolles sind. Und natürlich gibt es so ein Netzwerk auch die Möglichkeit zum Backlink-Aufbau. Ganz logisch. Ich möchte jetzt aber auch nochmal auf einen anderen Punkt eingehen. Ich bin ja immer ganz gerne auch diejenige, die das nochmal alles gern in Zahlen fasst. Und da ist natürlich auch wichtig, mal eine Übersicht zu haben, welche Webseiten verlinken überhaupt auf meine eigene Webseite. Also sprich, das Monitoring der Backlinks oder beziehungsweise, dass man auch Backlink-Tools verwendet, um einfach mal einen Überblick zu erhalten. Ja, wie sieht es denn aus? Wie erfolgreich ist mein Backlink-Aufbau? Und da gibt es einige Tools dafür. Nicht nur diese Profi-Tools wie Semrush oder Aharefs, die wir nutzen, sondern auch ganz einfach in der Google-Search-Konsole kannst du sehen, welche Webseiten auf deine Webseite verlinken. Und das ist immer, ja, recht aufschlussreich, wer da eben alles so auftaucht. Denn oft wird ja auch auf deine Webseite verlinkt und du merkst es gar nicht. Also es gibt einen aktiven Aufbau von Backlinks, aber natürlich auch gibt es einen passiven, weil irgendwelche Ressourcen verlinken auf dich und du bekommst das gar nicht mit. Und deshalb ist es auch so wichtig, das mal anzusehen, zu monitoren und zu analysieren. Und die Google-Search-Konsole bietet dir da eine gute Möglichkeit. Dann gibt es natürlich auch noch die Profi-Tools wie Semrush oder Aharefs oder auch noch andere Tools. Und bei all diesen Tools kannst du natürlich auch gut erkennen, mit welchem Ankertext die Links gesetzt sind. Ankertext bedeutet Folgendes. So ein Link kann natürlich als bloßer Link in so einem Text verarbeitet sein. Aber in den meisten Fällen ist es natürlich so, dass hinter einem geschriebenen Text sich der Link versteckt. Also dieser Text, zum Beispiel dein Firmenname oder der Titel deines Blogbeitrages, der ist dann verlinkt und der Titel deines Blogbeitrages, das ist der sogenannte Ankertext. Und der Ankertext spielt natürlich auch in der Suchmaschinenoptimierung eine große Rolle, denn auch hier schaut Google, ja, welches Wording ist in diesem Ankertext drin, sind hier bestimmte Suchbegriffe oder Keywords drin und welche Relevanz hat dieser Ankertext zum Thema. Oft ist ja der Ankertext, ja, der Firmenname und auch oft und massig. Deshalb, wenn man so einen Backlink-Aufbau betreibt, sollte man natürlich auch gucken, dass der Ankertext auch variiert und die entsprechenden Keywords enthält, auf die man Wert legt. Und noch ein wichtiger Punkt ist, dass oft auch nur auf Startseiten verlinkt wird und hier macht es natürlich auch Sinn, dass man auf die Vielzahl der Unterseiten, die man ja bei seinem Web-Auftritt hat, dass die auch verlinkt werden, also dass die auch Backlinks erhalten. Man sieht das eben ganz gut in diesen Backlink-Tools, in dieser Analyse, welche Seiten sehr stark Backlinks erhalten haben und welche Seiten halt noch sehr schwach mit Backlinks bestückt sind. Und da kann man ja dann wirklich eine ausgewogene Mischung erreichen, aber das sieht man eben auch erst ganz gut nach so einer Analyse. Man kann natürlich bei diesen Tools, die du gerade erwähnt hast, Simone, auch noch weitere Analysen machen. Und zwar können dir diese Tools die Backlinks deiner Wettbewerber analysieren. Und das hilft dir wiederum zu erkennen, wo deine Wettbewerber Backlinks erhalten und eventuell hast du die Möglichkeit, von dieser Webseite über einen Gastartikel beispielsweise ebenfalls einen Backlink zu erhalten. Oftmals ist es ja so, dass deine Wettbewerber diese Arbeit schon gemacht haben. Das sind ja auch dein Wettbewerb. Und du kannst in dieser Analyse halt feststellen, wo deren Backlinks sind. Ich habe das mehrmals gemacht bisher und sehe dann eben auch wirklich, dass man sagt, okay, die sind in dem Branchenverzeichnis drin. Warum bin ich nicht in dem Branchenverzeichnis? Aha, die haben einen Gastartikel bei diesem Portal platziert. Dann kann man das auch machen. Das heißt also, das Portal ist empfänglich für einen Gastartikel. Also anschreiben, Gastartikel platzieren. Und dieses Spiel zu machen, diese Analyse zu machen, die ist extrem wichtig, weil man daraus auch Trends und Muster erkennt, die dir aus der Wettbewerbsanalyse zeigen, wo du ansetzen kannst. Du musst an der Stelle ja die Welt nicht komplett neu erfinden, sondern man kann sich da eben auch an dem Wettbewerb orientieren und dann zu sagen, okay, wo sind relevante und gute Backlink-Möglichkeiten für die eigene Performance zu finden. Und das macht auch diese Tools halt so spannend und auch die Analyse und die Strategie so spannend. So, Simon, jetzt haben wir, glaube ich, eine ganze Menge Sachen schon diskutiert. Ich möchte einfach einmal noch mal ganz kurz zusammenfassen, was für den Backlink-Aufbau wichtig ist, also wo man wirklich Backlinks herbekommt. Da sind zum Ersten die Gastbeiträge. Da ist der Tipp, schreibe Artikel oder Blogposts für andere Webseiten in deiner Branche. Natürlich mit, Tipp zwei, einzigartigem, hochwertigen und wertvollem Content. Das Ganze, Tipp Nummer drei, solltest du natürlich auch in Social Media verarbeiten und dort auch breit streuen, um es, Punkt Nummer vier, auch innerhalb deines eigenen Netzwerkes dann ebenfalls noch mal bekannt zu machen. Und letztendlich kannst du, Tipp Nummer fünf, alle Sachen, die du eben machst, über bestimmte Tools analysieren, kontrollieren und auch monitoren. Und wenn du bisher deinen Backlink-Aufbau stiefmütterlich behandelt hast und auch vom Ansatz her gar nicht so weißt, wo du anfangen sollst, dann kannst du natürlich bei uns gern ein Erstgespräch buchen. Da können wir schauen, ob wir dich unterstützen können beim Aufbau deiner Backlinks. Einen Link zum Erstgespräch findest du auf unserer Webseite oder auf unserem Unternehmensprofil bei Google. Also tritt mit uns in Kontakt und wir schauen, wie wir dich unterstützen können beim Aufbau deiner Backlinks. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Ich freue mich auf die nächste Woche, denn da werden wir vom WordCamp Deutschland aus Gerolstein berichten. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich und sage Tschüss. Ich freue mich ebenfalls auf das WordCamp und freue mich auch auf die nächste Podcast-Folge und sage für heute auch Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Vielen Dank.